Heyho und Willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. In der letzten Folge hat Ol'Hatham sich selbst angeboten im Torsch gegen die Geisel. Mal sehen, wie es weitergeht. Haha, you Academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Not so fast. All Hatham, do you stand by everything you just said? Huh. I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Rahman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word. But what about me? Do you trust me? We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Rahman. Don't be a coward. If you're serious about taking on the academia, you need to steal yourself. You can't be afraid. An arm from the flame main. You've picked my interest. Alter, was stimmt mit diesen Leuten nicht, ne? Die bieten ihr... What the hell? Solltet ihr nicht die Leute sein, die mit Wissen hantieren und nicht mit sowas hier? Was... Was denkt ihr euch dabei? What if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, dear. We're mercs. The mercs... You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Hä? W-Warum? Ugh. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate. He just wants to make things more difficult. That's fine. Äh... W-Was? Bitte sag jetzt nicht. Ist das nicht dein richtiger Arm? Ist das ein Europa-Arm? Oder was ist was? Nein, ich lasse es nicht zu. Oh nein, bitte. Ich will dazwischen. Geh bitte. Nein! Nein! Nein, kein Slowmotion. Ich mag das nicht. Nein! Nein! Stop! What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? Malchus. You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow. I was really counting on him not going through with it. Bitte gehen nie wieder so ein Risiko ein. Ich kann sie mit den Lüten, wenn es um sie geht, dann würde ich sie nicht verlieren. Ich warte, Saino. Aber das ist mehr als ich und sie. Es gibt viel mehr von denen. Selbst wenn wir ein paar Radikale entfernt haben, gibt es noch andere. Wißen sie aus würde mehr harm, als gut. Wie du willst. I'm sorry, dear. I should have stayed put and listened. I should... It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? Hmph. You just might be Scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Äh, das ist nur sein Objektivismus. Achte nicht darauf. Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon tomorrow is gonna be the hard part. Ihr könnt alles zurück ins Aro-Dorf, in den Zimmern ausruhen, aber wie stehen die Chancen? Wird es glatt gehen? Alles ungewiss. Es geht so schnell weg. So, es ist morgen. Und wir sollen am Eingang? Kräftig am Eingang des Dorfes. Jetzt ist aber die Frage, wie wollen die das denn bitte jetzt weiterspielen lassen? So, werden Joel Haytham einfach hinbringen? Ich mein... Ach, keine Ahnung. Okay, aber... Aber was passiert denn jetzt? Alter, wo... Da hinten... Ach, warum... Warum so weit weg? Gut, dass ich da einen Teleportpunkt hab. Teleportationspunkt. Äh, in die Richtung... Oh mein Gott, da ist sogar so ein Windtyp. Nö. Aber da ist nur einer von denen. Ne, wir gehen hier so drumherum. Da ist nochmal so ein riesiges Ding. Ich weiß nicht, wie die heißen. Gibt's auch irgendwo einen schnelleren Weg? Ich verstehe auch nicht, warum es immer noch keine Mounts gibt. Gut, dann verhandeln wir mal mit denen, ne? Können wir die auch einfach fertig machen? Du brauchst das nicht sagen. Ja, aber da ist ja nur einer. Ich dachte, die haben drei Leute. Das war nicht abgemacht. Ich dachte, dass du das nicht sagst. Okay. Unabhängig zu einer solchen Beziehung mit den Dendroarchons-Präsen haben ist bereits ein großer Kompromiss auf meinem Seite. Du denkst, dass du genug gefragt hast? Alter. Darf ich die jetzt einfach alle killen, bitte? Ich meine natürlich, K.O. schlag. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Zeig uns, was du kannst. Hey, Blimey, what do you think you're doing? Grandpa! Don't you see this blade here? You coward, why are your hands shaking? Wait a second, it's an earthquake! Oh no! Grandpa! Naida? Was? Grünes Licht? Darüber haben die geredet. Seid ihr alle wohl auf? Der steht schon. Hä? So ist es bestimmt. Jetzt glaubst du meinen Worten. Der Dendroarchon. Der presenten. Grandpa? Grandpa? Oh no! Er wird wieder getrunken. Hey, schau dich an. Es war hier ein Tempel? Hier war es ein Tempel? Nein. Es ist so, dass wenn die Sanddunen verlassen hat, es hat diese Strukturen aufbauen. Die Symbolen auf der Gate bergabend an der King Desheret des Zivilisationen. Die Strukturen muss sein, die Strukturen muss sein. Over Zeit, die Sandstorms komplett bergabend haben, und die in der Struktur, die wir sehen, jetzt. Es könnte sein, dass es ein Strukturen aufbauen ist, in der Distanz. Oh, ein Wunderschön. Gott... Praise King Deshret! Gott... ... Was ist er hier? Und seine Männer, auch? Sie müssen hier fallen mit uns fallen, Guck, sehr lucky, wenn du mir fragen. Guck... ... ... die meisten sind in wirklich schlechtes Formen. Except für ihn. Er hat sich leicht verletzt. Huff... ... ... Geh... ... Nein, nein, das ist nicht das Zeit für Konflikt. Our Exalted Lord has shown us the way to his sacred palace. Uh, he's not actually gonna go in there, is he? As it happens, I want to take a look inside, too. What are you doing? Don't you think it's curious? One minute Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of King Deshret's civilization appear. Two major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Highland thought you weren't interested in gods. Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being. Or creature, you could say. New discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. King Deshret will take care of his people. Right now, I'm going inside. Ah. Wüstenkämpfer. Wüstenkämpfer. Ah. Ich würde mal sagen, das war's mit dieser Folge von Genshin Impact. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß mit zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelü! Bis zum nächsten Mal.